Von den Höhen bis zum Rhein, im Südschwarzwald non-stop, liegt eine Landschaft, die scheint wie durch ein Karleidoskop. In dem das Licht sich bricht, reflektiert und verspricht, einen Funken zu entfachen bis hin zum Farbenmosaik. Ein Wolkenspiel und Lichterfest. Von Drachen, Kämpfern und schlechtem Netz verliert man den Boden. Doch lernt zu fliegen. Die Stille zu loben, die Musik zu lieben. Denn egal ob Räuberburgen oder Zauberwälder. Auf den Fährten der Wölfe oder Bauernfelder. Egal ob Dörfer aus Rosen. Oder der Schluchtensteig. Die Bäume bewahren Sagen, über die der Wald nur schweigt. Über die Mystik, die diese Region vereint. Hier werden ihre Geschichten verdichtet, über die der Zeitgeist noch ewig berichtet. Denn durch die wilden Wälder schwebend, liegen Nebelmeere auf moosbedeckten Wegen. Dem Ausblick auf eine wärmende Quelle und einen am Horizont erscheinenden Gemälde. Eine Landschaft, die scheint wie durch ein Kaleidoskop, in dem das Licht sich bricht, reflektiert und verspricht, deinen Funken zu entfachen, bis hin zum Farbenmosaik. Und wie du es auch drehst und wendest. Alles, was hier gänzlich erscheint, erstreckt sich, liegt in deinen Händen und ist das, was diese Region vereint. Voller Vielfalt und Pracht, in jedem kleinsten Detail, von Schönheit, bunten Häusern, in jeder Jahreszeit. Gibt es was zu erkunden? Gibt es auf jeden Fall? Gibt es was zu erkunden? Gibt es mit allen Informationen. Gibt es einen kleinen Daten aus? Gibt es schon einmal und nicht nur noch? Gibt es die Welt? Gibt es noch? Gibt es sind nicht nur noch? Ja. Und lasst uns ehrlich sein. Hier liegt der Schatz der wertvollen Stunden. Und dazu laden wir euch sehr herzlich ein. Und dazu laden wir euch sehr herzlich ein.